Wir sind heute live auf dem Familienfest der Stadt Usingen als freieffekterische Gemeinde und hier wird noch kräftig gewerkelt. Wir sind hier auf dem Familienfest in Using mit dem Stand von der LVGU singen und betreuen zwei Spiele. Einmal das Strippenzieherspiel, wo ihr schöne Bilder malen könnt mit Hilfe eurer Freunde oder eurer Familie oder eurer Gruppe, mit der ihr hier seid, oder gestalten ganz glattig mein eigenes Mummelbild. Und wir gehen hier in den Moment. Und wir gehen hier weiter. Und wir gehen hier weiter. Alle Bilder, die hier heute bei uns gemalt werden, bei unserer Strippenzieher-Challenge, kommen in den Pott für das große Gewinnspiel. Heute Abend stehen die Gewinner fest auf Facebook, Instagram und Youtube. Also nach oben in die Ex-Mal-Gitze, das heißt, guck mal an. Oh, genau. Ja, genau. Guck mal, der soll lange nicht malen einfach schwer. Jetzt halte ich hier die Mütze. Oh, das ist cool. Wir hätten Feinheiten hier ein bisschen kuscheliger machen können. Cool, das ist so. Ja. Jetzt sagst du's. Ja, kann ich mal sagen, Karite, Sempto und Latze. Ja, genau. 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 Also fang doch mal in der Mitte an. Das ist aber kein Felder, da. Danke.